Ich, Jerika Benton, aber ein stinknormales Leben. Kannst du mir die Einkaufstüten bringen? Meine Schwester Kimba und ich wohnen bei Tante Bailey und ihren zwei Pflegetöchtern. Und da ist sie. Sing einen deiner Songs. Ich hasse es, gefilmt zu werden. Irgendwann wünscht sich jeder mal ein anderer zu sein. Den Song habe ich selbst komponiert. Sie wird mir dankbar sein. Du musst dir unbedingt ansehen, was hier gerade abgeht. Was? Wie krass. Bin ich das? Hast du das gepostet, Kimba? Es geht darum, dass du dich nicht dein Leben lang fragst, was gewesen wäre, wenn du diese Chance nicht ergriffen hättest. Ein Riesen-Label will uns unter Vertrag nehmen. Willkommen bei Starlight Enterprises. Das ist Rio. Hi, Girls. Du bist nicht mehr Jerika. Jam. So werden wir dich nennen. Wir ändern euren Stil, euren Sound und euren Auftritt. Sind wir das? Nein, das ist Photoshop. If you got young, you want to live to party. Im Internet reden alle über Jam. Jam und ihre Schwestern kreieren einen ganz neuen Look. Du bleibst im Radio. Echt? Ist das, was wir sind? Im Radio. Das alles hier macht aus mir eine ganz andere Jerika. Ach, du meinst Jam. Die ganze Welt fragt sich, wer du bist. Superstar wird man nicht als eine von vieren, sondern allein. Du willst uns nicht mehr dabei haben? Dann verstehst du Familie anders als wir. Das ist erst der Anfang. Die Person, die ich sein soll, existiert nicht. Gerade wenn es unmöglich scheint, solltest du den Menschen vertrauen, die dir nahestehen. Ich muss das in Ordnung bringen. Los geht's, Jam. Showtime, das schaffen wir. Jeder hat seine geheimen Seiten. Zeig uns dein wahres Ich. Meine Tochter bringt mich um, wenn ich kein Autogramm hole. Kein Ding. Die flippt aus. Auf ihren Arm? Ja. Und wie heißt sie? Schreiben Sie einfach, Steven. Oh, 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 oh.